Ich bin Felix hier, ich bin selbstständig in verschiedenen Rollen aktuell unterwegs, Trainer, Berater, Agile Coach, wie man das auch immer nennen möchte und ich helfe also verschiedenen Teams und Organisationen dabei, besser zusammenzuarbeiten. Am meisten Spaß machen wir Themen, wo es darum geht, datengestützte Ansätze für Transformation und Führung zu verwenden. Also mit so einem Handwerkszeug aus Organisationspsychologie, Data Science, Systemtheorie schaue ich quasi auf verschiedene Probleme in Organisationen. Und was ich dabei immer spannend finde, ist so, dass das Thema, das Design einer Organisation, also die Gestaltung so der formalen und informellen Seite, ziemlich klar das Verhalten natürlich beeinflusst von den Mitarbeitenden. Und in meiner Praxis erlebe ich dann auch immer wieder, dass bestimmte Frameworks, die es dazu gibt, also Scrum, OKR etc., einen großen Mehrwert haben, wenn sie denn im richtigen Kontext eingesetzt werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, da ein Wissen darüber zu haben, welche Ansätze wirklich wo dann auch passfähig sind, weil Scrum ist keine goldene Lösung, OKR ist auch keine goldene Lösung für alles. Und genau daraus, aus dieser Motivation heraus ist auch dieser Vortrag entstanden, einfach mal zu gucken, was ist denn wirklich ein passfähiger Kontext für ein Zielframework, wie es eben OKR ist. Ein bisschen was zu den Inhalten, die ihr jetzt gleich seht, ein Großteil dieser Inhalte, die ihr sehen werdet, die sind vor ein paar Monaten auf einer OKR-Online-Konferenz entstanden. Für die Firma Hello Agile, mit der Firma Hello Agile, das ist eine Beratungsfirma aus Wiesbaden, rund um agiles Arbeiten, relativ eng verbandelt, arbeite viel auch mit denen zusammen. Und für den Scrum-Tisch hier habe ich das Ganze jetzt noch angereichert, mit ein paar Grundlagen zum OKR-Framework, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass jeder hier im Raum das sofort alles im Kopf hat. Es soll aber jetzt kein Grundlagen-Workshop zum Thema OKR sein, das findet ihr an anderer Stelle in viel besserer Form auf YouTube, in Trainings etc. Trotzdem werde ich einmal die Basis schaffen, damit wir das gleiche Vokabular haben und darauf baue ich dann eben auf für die folgenden Inhalte. Der Fahrplan für heute sieht folgendermaßen aus. Es gibt so vier Bestandteile. Der erste Bestandteil ist gleich mal ein Bestandteil, wo ich das Unmögliche versuche, möglich zu machen. Ich versuche einmal OKR kurz und bündig zusammenzufassen, also OKR in a nutshell. Danach schauen wir so auf das Thema Zielsetzung an sich, also wie kann Zielsetzung eigentlich funktionieren? Was sagt die psychologische Forschung zum Thema Zielsetzung und was steckt da in OKR eigentlich drin? Dabei werde ich auch ein bisschen wissenschaftliche Grundlagen erklären, erläutern und damit man eben versteht, wo so meine Hypothesen so herkommen. Dann geht es weiter in Teil Nummer drei. Das ist für mich ein sehr spannender Teil, die dunkle Seite von Zielsetzung. Also was passiert eigentlich, wenn Ziele dazu führen, dass wir Verhalten erzeugen, was wir eigentlich gar nicht erzeugen wollen in Organisationen? Sehr, sehr spannend, sich das mal anzugucken. Und in Teil Nummer vier versuche ich sehr, sehr stark dann diese Learnings auf die OKR-Praxis sozusagen herzustellen. Also was bedeutet das, was ich jetzt so erzählen werde, tatsächlich, wenn man jetzt mit Zielen umgeht in Organisationen? Also es sind einige interessante Erkenntnisse für Personen, die OKR schon anwenden. Das ist aber auch natürlich für Personen, die jetzt gar kein OKR in der Organisation anwenden, relevant, weil Zielsetzung findet natürlich in vielen anderen Kontexten auch statt, ob es jetzt persönlich ist oder in Teams etc. Vielleicht kann ich das mal so vorab abfragen. Vielleicht schreibt ihr mal ein kurzes Ja in den Chat, wenn ihr bei euch in der Organisation tatsächlich OKR verwendet. Wenn nicht, einfach nichts, dann sehe ich so ein bisschen die Verhältnisse. Okay, ein paar Ja, es kommt schon rein an verschiedenen Stellen. Noch nichts. Okay, ich will es gerade einführen. Genau, das sehe ich auch immer wieder, dass Leute das wahnsinnig spannend finden, damit sie ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht hilft euch das auch schon mal dann für diese konkrete Einführung, die ihr dann da vor der Bus kommt. Sehr schön. Okay, cool. Dann versuchen wir, dass wir da heute den Blickwinkel da vielleicht noch erweitern. Vielleicht erzähle ich euch Dinge, die tatsächlich neu sind. Das würde mich natürlich freuen. Und dann in der Anschlussdiskussion können wir natürlich für eure Praxisfälle auch nochmal in die Tiefe gehen, wenn wir da zu Zeit haben. Also dann steigen wir ein mit Punkt Nummer eins. OKR in a nutshell. Was ist das eigentlich? Ich werde jetzt einmal versuchen, ich glaube, auf genau sieben Folien sind es, das ganze Framework OKR zu erklären. Wie gesagt, das wird jetzt nicht in die Tiefe gehen können, aber wir sollen eben ein gemeinsames Vokabular haben. Deswegen einmal vorab, was meine ich eigentlich, wenn ich von OKR spreche. Zunächst mal, der Begriff OKR oder die Abkürzung OKR steht natürlich für ein längeres Wort, nämlich Objectives und Key Results. Das ist diese Abkürzung, Objectives könnte man als eine Art Ziel und die Key Results sind dann ein Hebel oder ein Weg dahin, wie dieses Ziel eben erreicht werden kann. Und OKR insgesamt ist dann eben ein agiles Ziele Framework, was mit transparenten und fokussierten Zielen dabei helfen soll, sich in eine gemeinsame Richtung zu bewegen und diese Richtung auch zu ändern. Also, da ist dieser agile Gedanke drin, dass man eben nicht einmal ein Ziel formuliert, ein Jahresziel und das dann am Ende erst wieder anguckt, sondern dass man tatsächlich regelmäßig in Quartalsabständen zum Beispiel guckt, sind wir denn in die richtige Richtung gelaufen oder nicht. Und es funktioniert eben auch etwas anders als gängige Ziele Frameworks wie Management bei Objectives etc. Dadurch, dass Ziele sehr, sehr transparent sind und fokussiert sind, nicht wie es eben bei anderen Ziel Frameworks ist, wo einmal oben ein Ziel definiert wird, dann gibt es eine Kaskade und jedes Team muss sich überlegen, wie kann ich dieses Ziel erreichen etc. Also, OKR als agiles Ziele Framework. Jetzt schauen wir uns diese beiden Bestandteile einmal nochmal genau an. Also, was ist ein Objective genau? Im Grunde beantwortet ein Objective eine relativ einfache Frage, nämlich diese Frage, wo will ich in drei Monaten stehen? Ich spreche da auch gerne immer davon, dass das eine Art von Minivision ist, also dass ich quasi überlege, was ist der Zustand, den ich in drei Monaten sehen möchte und damit wird daraus eben das Ziel, das Objective. Und dann kommen noch die Key Results dazu. Zu jedem Objective gibt es entsprechende Key Results. Diese Key Results beantworten eine andere Frage, nämlich wie erreiche ich denn dieses Objective? Das heißt, diese Key Results sind ja bestimmte Hebel oder Treiber, die jederzeit messbar sein sollen und die eben dazu führen sollen, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass ich mein Objective eben auch erreiche. Darin steckt jetzt schon ein bisschen mehr Theorie in Anführungszeichen. Dieses jederzeit messbar bedeutet, dass ich theoretisch zu jedem Zeitpunkt eben anhand von bestimmten Maßzahlen sehen kann, bin ich denn auf dem richtigen Weg oder nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu klassischen KPIs, würde ich jetzt mal sagen, zu klassischen Maßzahlen, die man so kennt. Vielleicht kennt ihr auch diese Unterscheidung zwischen sogenannten Lagging Measures und Leading Measures. Ein klassisches KPI, also sowas wie ein Umsatz, Anzahl der Kündigungen im letzten Quartal etc., das sind sogenannte Lagging Measures. Also es gibt einen Lag zwischen dem Zeitpunkt jetzt und diesem Zeitpunkt, wo ich diese KPIs sehe und dann sehe, was passiert ist. Das ist natürlich eine ungünstige Situation, weil ich kann eben rückwärtsgewandt nichts mehr verändern. Und da gibt es das Gegenbeispiel, das sind die sogenannten Leading Measures, also Maßzahlen, wo ich zum aktuellen Zeitpunkt sehe, wo stehe ich gerade und ist es wahrscheinlich, dass ich mein Ziel erreiche. Und ein Key Result laut der OKR-Philosophie sollte eher ein Leading Measures sein, also kein klassisches KPI, sondern etwas, was ich aktuell jetzt beeinflussen kann, um dann eben mich in Richtung des Tees zu bewegen. So ein Beispiel aus dem privaten Bereich könnte sein, naja, ein Lagging Measures wäre der Gewichtsverlust am Ende einer bestimmten Periode. Ich möchte 10 Kilo abnehmen, ob ich das geschafft habe oder nicht, weiß ich erst am Ende. Was ich aber zum aktuellen Zeitpunkt weiß, was ich aktuell beeinflussen kann, ist zum Beispiel die Anzahl der Male, wie oft ich zum Sport gehe. Also wenn ich dreimal die Woche jetzt Sport mache, könnte ich mir jetzt überlegen, zum Sport zu gehen. Und das wäre dann das Leading Measures und das Lagging Measures wäre sozusagen der Gewichtsverlust am Ende. Also eine wichtige Unterscheidung, Key Results sind keine klassischen KPIs. Und aus diesen beiden Sets, also einem OKR, einem Objective und verschiedenen Key Results dazu, entsteht ein sogenanntes OKR-Set. Also ein Objective bildet als übergreifendes Ziel und darunter gehören dann eben bestimmte Key Results dazu, die dann gemeinsam definiert werden. Ich habe mich hier mal bei der Hanna bedient. Die Hanna ist Agile Coach bei Hello Agile, die immer gerne so ein Beispiel verwendet, wo ich davon überzeugt bin, dass das relativ eindringlich ist, was dann ein OKR-Set eigentlich auf sich hat. Und zwar hat die sich vorgenommen, vor, ich glaube, ein paar Jahren sogar, den Frankfurt-Marathon mitzulaufen. Das entsprechende Objective, das man dazu formulieren könnte, ist das folgende. Ich habe den Frankfurt-Marathon erfolgreich beendet. Also genau das, was ich vorhin gesagt habe, ein Zielzustand in drei Monaten, eine Art Minivision. Ja, ich möchte eben diesen Marathon erfolgreich beendet haben. Und dazu kann man jetzt verschiedene Key Results formulieren. Klassischerweise, wenn ich KPIs verwende, etc., nehme ich irgendwelche Maßzahlen, die ich dann tracken kann und so weiter. Vielleicht gibt es auch eine Art von To-Do-Liste oder Themen, die ich da bis dahin abarbeiten soll. Nach der Kiwisalt-Logik kommen dabei aber ganz andere Dinge raus, nämlich diese Hebel, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, damit ich dieses Ziel erreiche. Zum Beispiel folgende Kiwisalt. Also Kiwisalt Nummer eins, ich absolviere drei Probeläufe, 30 Kilometer. Außerdem senke ich meine Pace von sieben Minuten auf sechs Minuten. Außerdem teste ich verschiedene Laufdiäten. Und in Summe möchte ich 80 Kilometer in glühender Mittagshitze laufen, einfach damit ich eben robuster aufgestellt bin für diesen Lauf. Und da sehen wir schon ein paar von diesen Kriterien, die ich genannt hatte, erfüllt. Also die sind unabhängig voneinander erfüllbar. Also ich kann ein Laufdiät testen, ohne dass ich einen Probelauf abgeschlossen habe, etc. Also es sind verschiedene Hebel, verschiedene Wege, die eben dieses Objective erreichen sollen. Das mal so als Beispiel. Das könnte ein OKR-Set sein. Und dieses OKR-Set gibt es natürlich dann in mehrfacher Ausführung in der Organisation, die sich dafür entscheidet, so ein Ziel einzuführen oder so ein Zielesystem einzuführen. Das heißt, wir nehmen mal so ein Beispiel für eine Organisation, die folgenden Aufbau hat. Es gibt irgendeine Art von Mission, Vision vielleicht, strategische Maßnahmen, die definiert werden, also verschiedene Levels. Bei OKR gibt es dann auch noch dieses Level der sogenannten Moles. Moles ist eine Abkürzung für Midterm Goals, also mittelfristige Ziele. In diesem Fall haben wir hier neun Stück in dieser Beispielorganisation. Und auf jedes dieser Ziele zahlen dann bestimmte Objectives, also bestimmte Ziele eben ein. In diesem Fall drei Stück pro Midterm Goal, also drei Stück pro Moles. Und pro Objective gibt es wiederum drei Key Results. Dann sind wir bei insgesamt 81 Key Results, die in dieser Organisation definiert werden. Also ihr seht ja schon, dieses OKR-Set gibt es quasi in mehrfacher Ausführung. So, das sieht jetzt relativ einfach und schematisch aus hier, damit ich das hier so aufzeichne. Tatsächlich, ich habe hier mal ein Bild aus der Praxis mitgebracht. Das ist das Ergebnis von einem digitalen OKR-Workshop, wo eben solche Sets definiert wurden. Ihr seht hier verschiedene Teams, seht hier verschiedene Objectives mit entsprechenden Key Results darunter. Und die haben auch verschiedene Abhängigkeiten jeweils, immer durch die Pfeile dargestellt etc. Also das Ganze ist kein schöner hierarchischer Runterbrechprozess, sondern das ist tatsächlich so messy, wie auch die normale Wertschöpfung in einer Organisation ist. So sehen natürlich diese Ziele auch aus. Ein Moles kann ja auch verschiedene Objectives auslösen etc. Ein Objective kann auch verschiedene Moles gleichzeitig einzahlen. Also das ist keine relativ klare Kaskadierung, wie man sie klassischerweise kennt, sondern es ist etwas, was durchaus sich eben an der Wertschöpfung orientieren soll. Und auch ganz wichtig, man sieht hier ja, dass verschiedene Teams diese Objectives und Key Results formuliert haben. Und die machen das gemeinsam auf einem Board. Also auch ein wichtiges Feature. Das Ganze ist transparent für jeden. Also ich sehe, welches Team an welchen Zielen arbeitet. Ist auch nicht in jeder Organisation gegeben. Natürlich muss das in der Praxis mit Teams etc. erarbeitet werden. Dafür gibt es den sogenannten OKR-Zyklus. Also diese Drei-Monats-Timebox, von der ich schon gesprochen hatte. In diesen drei Monaten wird an diesen Zielen gearbeitet. Und die müssen natürlich bei jedem Zykluswechsel erst mal erstellt und geschrieben werden von jemandem. Und hier ist bei OKR ein ganz wichtiges Feature dieses Thema Bottom-up-Partizipation. Also man beginnt meistens, und das seht ihr an diesem Graph hier, auch der Team-Ebene. Also dort, wo tatsächlich die Arbeit gemacht wird, um Vorschläge für diese OKR-Sets zu erarbeiten. Das wird dann aggregiert. Dann gibt es irgendeine Art von Alignment, wo ich dann darüber spreche, okay, diese verschiedenen Vorschläge, die da kommen, wie passt das denn zusammen in ein gleichgeschaltetes, in die gleiche Richtung gehendes, fokussiertes Arbeiten. Sodass dann wieder Stück für Stück die entsprechenden Vorschläge angepasst werden. Sodass am Ende ein Alignment ist, in Anführungszeichen, OKR-Set für jedes Team oder für jede Organisationseinheit eben dabei rauskommt. Also ein ganz wichtiger Prozess. Es beginnt nicht ganz oben mit einer Definierung von bestimmten Zielen. Und jeder muss sich dann überlegen, wie ich darauf einzahle. Sondern es gibt eben einmal diese umgekehrte U-Bewegung. Das ist dieser Zyklus, von dem ich spreche. Und da gehören dann auch bestimmte Meetings dazu. Wer mit Scrum beschäftigt ist, kennt sowas wie Retrospektiven, Planings etc. Auch das gibt es alles im OKR-Kontext. Insbesondere gibt es auch sowas wie Weeklies. Also Meetings, wo ich im wöchentlichen Takt darauf gucke, wie denn der Status gerade ist bei diesen Zielen. Wie laufen, welche Maßnahmen waren erfolgreich, welche nicht. Was muss ich tun? Wie ist mein Kiwi-Site aktuell? Also dafür sind diese Meetings da, wo ich im wöchentlichen Rhythmus einmal checke, wie ist der Stand. Auf die komme ich auch gleich nochmal zurück. Und das war es sozusagen auch schon am theoretischen Hintergrund zum Thema OKR. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Quellen dazu, wo man sich das angucken kann, im Detail nochmal angucken kann. Ihr habt auch schon gemerkt, man kann viel auch philosophisch noch diskutieren. Wie viel Moos brauche ich denn eigentlich? Auf welcher Ebene entsteht was? Aber das ist jetzt mal das Vokabular, von dem ich jetzt mal so ausgehe. Super. Dann haben wir einmal die Grundlagen geschaffen. Und ich komme zum Teil Nummer zwei, wo es jetzt sozusagen spannend wird, wo wir in die Psychologie eintauchen und uns mal anschauen, wieso funktioniert das eigentlich, was wir da tun? Und dabei beginne ich sehr, sehr früh, ich soll so sagen, bei Adam, Eva, der Psychologie, der Zielsetzung. Nämlich bei der sogenannten Motivationspsychologie. Wenn man sich eine sehr basale Frage stellt, nämlich die Frage, warum machen wir überhaupt Dinge motiviert? Das kann im privaten Kontext sein, aber auch im geschäftlichen Kontext. Und in der Psychologie gibt es da so eine Formel, in Anführungszeichen dazu, die eben einmal beschreibt, wie Motivation zustande kommt. Zunächst mal gibt es zwei Zustände. Es gibt einmal den Ist-Zustand, also Punkt A. Und es gibt irgendeine Art von Zielzustand, den habe ich jetzt hier mal Punkt B genannt. Der wird dann beschrieben durch eine Richtung. Also in irgendeiner Richtung möchte ich mich bewegen. Dann entsteht natürlich innerhalb dieser Richtung irgendeine Art von Verhalten mit einer bestimmten Intensität. Ich kann ein Ziel sehr, sehr stark verfolgen, kann ein Ziel aber auch nur sehr, sehr schwach verfolgen. Und der letzte Bestandteil dieser Gleichung ist die sogenannte Persistence. Also sozusagen die Widerstandsfähigkeit, die ich an den Tag lege, wenn ich ein Ziel verfolge. Denn so ein Ziel erfüllt sich nicht immer von selbst. Manchmal muss ich mit Widerständen kämpfen, etc. Und die Fähigkeit oder der Prozess dieses Überwindens dieser Hindernisse, das ist auch Teil der Motivation. Und es gibt verschiedene Theorien, die sich sozusagen auf verschiedene Aspekte dieser Gleichung stützen und mal gucken, wie kommt denn überhaupt diese Motivation zustande, wie kommen diese einzelnen Komponenten denn zustande. Einige Theorien, die viele kennen, das sind die sogenannten Inhaltstheorien. Die beziehen sich vor allem auf die ersten beiden Bestandteile, Direction und Intensity. Also wohin orientiere ich mich eigentlich mit meinem Verhalten? Was motiviert mich? Viele kennen vielleicht die Bedürfnispyramide von Maslow, also wo verschiedene Stufen definiert werden. So die basalen Bedürfnisse, die eher physiologisch sind. Ich möchte Sicherheit, etc. Dann die psychologischen Bedürfnisse, ich möchte zugehörig sein. Und dann gibt es noch diese Selbsterfüllungsbedürfnisse, Transzendenz, Ästhetik, etc. Das passt alles da rein. Die Maslow-Pyramide wäre eigentlich eine klassische Inhaltstheorie. Aber gibt es noch viele andere, also die Need Theory von McClellan zum Beispiel, wo es darum geht, ich habe ein Machtmotiv zum Beispiel, relativ neu ist die sogenannte Self-Determination Theory, wo man davon ausgeht, es gibt eigentlich drei Motive, einmal Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie und auch so eher popularwissenschaftlichere Ansätze. Vielleicht kennt ihr Daniel Pink, Drive, das Buch, wo er sagt, eigentlich wollen wir Autonomie, Mastery und Purpose. Das sind so die drei Dinge, die wir so anstreben. Das wären klassische Inhaltstheorien. Daran orientieren wir unsere Motivation, daran orientieren wir unser Verhalten. Also da geht es um die Inhalte dessen, wohin wir uns also bewegen sollen. Es gibt aber auch sogenannte Prozestheorien, Prozestheorien, die eher versuchen zu erklären, wie kommt das eigentlich, dass wir tatsächlich dann dieses Verhalten an den Tag legen und dieses Verhalten auch längerfristig an den Tag legen. Also da kommt dieser Faktor Persistenz vor allem ins Spiel. Auch hier kennt ihr sicher einige Theorien, die man so immer mal wieder verwendet. Die klassische Konditionierung zum Beispiel, der Pavlovsche Hund versucht ja zu erklären, warum ich ein Verhalten immer wieder zeige, weil ich zum Beispiel eine bestimmte Belohnung erwarte. Oder auch sowas wie Gerechtigkeitstheorien, Erwartungstheorien etc. Und unter anderem die sogenannte Goal-Setting-Theorie, also die Zielsetzungstheorie, um die es ja heute gehen soll, ist eine so eine Prozestheorie. Die Goal-Setting-Theorie ist entstanden so in den 60ern des letzten Jahrhunderts. So eine der bedeutendsten Motivationstheorien eigentlich und auch eine der am meisten erforschtesten Motivationstheorien wurde ursprünglich entwickelt von Gary Leather und Edwin Locke, die zusammengearbeitet haben und eben verschiedene Forschungen dazu entwickelt haben und diese Theorie Stück für Stück weiterentwickelt haben. Und tatsächlich ist das eine der einflussreichsten Theorien, denn mehr als 400 Laborstudien wurden tatsächlich zu dieser Theorie gemacht, die immer wieder bestätigen, was so die Hypothesen in dieser Theorie sind. Und das ist tatsächlich relativ erstaunlich, dass eine Theorie eben so oft wieder bestätigt werden kann und viele der Hauptaussagen eben über viele Jahrzehnte bestehen bleiben, ohne dass sich diese Grundannahmen ändern. Also die Zielsetzungstheorie eine sehr, sehr wichtige Theorie und auch hier gebe ich euch einen kurzen Abriss, was die eigentlich bedeutet. Auch das ist wieder eine fast unmögliche Aufgabe. Ich versuche es trotzdem, denn das soll uns durch den Rest des Vortrags noch so begleiten. Vielleicht kennt ihr auch schon einige Aussagen aus dieser Zielsetzungstheorie, weil die findet man auch wieder in vielen Ratgebern etc., vielen anderen Zielsystemen und so weiter, hier mal die wichtigsten Punkte. Zunächst mal geht die Zielsetzungstheorie davon aus, dass Ziele zwei Charakteristiken erfüllen müssen. Ziele sollten herausfordernd sein. Warum sollten Ziele herausfordernd sein? Naja, wenn ein Ziel eine Herausforderung darstellt, dann erhöhen wir unsere Anstrengungen und damit auch unser Durchhaltevermögen, also Stichwort Persistenz und ist damit auch eine Antwort auf den dritten Teil dieser Motivationsgleichung, die ich vorhin gezeigt habe. Menschen sind also eher bereit, auch mal alternative Wege auszugubieren, über einen längeren Zeitraum dran zu bleiben etc. Das ist dieser Faktor der herausfordernden Ziele. Und zum Zweiten sollten Ziele spezifisch sein. Also sollten wirklich relevante Aspekte fokussieren, relevante Verhaltensweisen fokussieren, weil unser Gehirn liebt einfach konkrete Ziele. Also da wird vor allem hier vorne im sogenannten medialen, präfrontalen Cortex Aktivität gezeigt. Das ist so der Bereich, der ist so für planerisches Handeln eigentlich zuständig. Und ja, unser Gehirn liebt das und steuert unsere Aufmerksamkeit auch dementsprechend. Das sogenannte Reticular Activation System heißt das. Das RAS filtert da nämlich gezielt Reize aus, die eben für unser Verhalten relevant sind und Reize, die eben nicht relevant sind. Dass das die ganze Zeit am Werk ist, spüren wir eigentlich auch tagtäglich. Wenn ihr zum Beispiel ein neues Auto kaufen wollt oder ein neues Handy kaufen wollt oder so, ist vielleicht euch auch schon aufgefallen, dass man sehr oft dann auf einmal eine bestimmte Art von Auto wahrnimmt oder eine bestimmte Handy-Reklame oder sowas. Oder auch auf einer Party, wo sehr viele Leute sprechen und eigentlich sehr, sehr laut ist, ist man trotzdem in der Lage, sich auf den Gegenüber zu fokussieren und zu hören, was diese Person spricht. Also das zeigt sehr, sehr stark, dass unser Gehirn fähig ist, eben Reize auszufiltern und sich auf Reize zu fokussieren. Und das hilft eben, wenn ein Ziel dann spezifisch ist, weil dann kann dieses System noch besser aktiv sein. Also zusammengefasst, ein gutes Ziel soll herausfordernd sein und spezifisch sein. Das findet man auch immer wieder in solchen Faustregeln. Vielleicht kennt ihr sowas wie smarte Ziele zum Beispiel. Da hört man immer wieder, ein smartes Ziel soll bestimmte Anforderungen erfüllen. Jeder dieser Buchstaben steht für einen bestimmten Faktor, den ein Ziel erfüllen sollte. S zum Beispiel steht für spezifisch, steckt quasi eins zu eins da drin. A steht dann für ambitioniert. Also da steckt diese Kernidee der Goal Setting Theory auch in diesen somaten Ziel. Und diese beiden Forscher haben dann ausgehend von diesen Hauptaussagen bestimmte Prinzipien abgeleitet, die eben ein gutes Ziel ausmachen. Und das wird sozusagen die Guideline auch für unsere nächsten Folien, die wir uns angucken und dann den Bezug zu OKA eben herzustellen. Zunächst mal Task Complexity, also wo es darum geht, wie schwierig oder wie einfach sollten Ziele sein, damit sie eben gut funktionieren. Feedback, also kriegen wir Rückmeldungen über den aktuellen Stand, ja oder nein. Clarity, wie klar ist das Ziel beschrieben. Challenge, wie fordernd ist das Ziel. Und auch Commitment, also fühle ich mich diesem Ziel irgendwie verpflichtet und mich daran gebunden auf irgendeine Art und Weise. Und diese Prinzipien schauen wir uns jetzt mal an. Wir starten rein mit dem Punkt Task Complexity. Und hier sieht man natürlich gut, also wenn ich mir ein Ziel setze, steigt natürlich die Leistung. Das haben diese über 400 Studien schon bewiesen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie sieht das aus, wenn eine Aufgabe schwieriger oder einfacher ist? Ist Zielsetzung besser oder weniger gut, wenn ich ein komplexes Ziel habe? Und hier gibt es ein, für mich war das zumindest ein überraschendes Ergebnis, dass tatsächlich Ziele mit einer niedrigen Komplexität viel stärker von diesem Zielsetzungseffekt profitieren, als Ziele mit einer hohen Komplexität. Also eine Zielsetzung hat generell einen positiven Effekt auf die Leistung. Allerdings unterscheidet sich die Effektivität je nach Komplexität der Aufgaben. Also die Steigung ist höher, wenn es eine niedrige Komplexität gibt. Das ist bei einfachen Aufgaben fast doppelt so groß wie bei komplexen Fragestellungen. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Vielleicht kennt ihr auch so etwas wie die Stacy Matrix oder die Genevian Matrix oder so, wo es ja immer darum geht zu sagen, hey, Scrum, OKR, etc. Das sind alles Frameworks, die vor allem im Komplexen relevant sind. Und das ist natürlich hier eine wichtige Frage. Also müssen wir Ziele eigentlich formulieren, wenn der Zielraum so komplex ist, dass wir ihn eigentlich gar nicht überschauen können. Also hier ein spannendes Ergebnis. Die Task Complexity hängt mit der Leistung zusammen und einfachere Aufgaben profitieren viel stärker von diesem Zielsetzungseffekt. Ein zweiter Faktor ist dieses Thema Umsetzungsaktivitäten, die wir sozusagen planen. Und da ist vor allem diese Key Results, die ich vorhin geschildert habe, im OKR-Framework natürlich sehr, sehr relevant. Weil das sind ja eine Art von Hebel, die wir uns überlegen, damit wir ein Ziel erreichen können. Und dazu möchte ich euch von einer Studie erzählen, die ich sehr lustig fand und sehr spannend auch, hat mit diesem Bild zu tun, was ihr hier seht. Die Studie war wie folgt ausgebaut. Die generelle Aufgabe für die Teilnehmenden in dieser Laborstudie war, sie sollten einen Ball in einem Loch versenken. Und die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe sollte sehr, sehr gut über diese Aufgabe nachdenken und sich Wege überlegen, wie sie diese Aufgabe denn bewerkstelligen wollen, also wie sie da rangehen. Die haben dann sogenannte Implementation Intentions ausgebildet. Also haben sich überlegt, was ist meine Strategie sozusagen? Was sind meine Schritte, um das Ganze zu machen? Die andere Gruppe, die hatten keine Instruktionen, die konnten relativ frei an diese Aufgabe rangehen. So, beide Gruppen haben diese Aufgabe gemacht, haben diesen Ball also im Loch versenkt. Und außerdem sollten diese Gruppen dann auch jeweils noch einschätzen, wie groß ist denn die Distanz von deinem Standpunkt zu diesem Loch? Eine einfache Schätzaufgabe und dann wurde das gemittelt über diese beiden Gruppen. Was sehr, sehr spannend war, ist, dass die Gruppe, die keine Strategien entwickelt hat, schlechter performt hat, als die, die natürlich Strategien entwickelt haben. Ist erstmal nicht erstaunlich. Also wenn ich darüber nachdenke, wie ich etwas mache, bin ich wahrscheinlich besser darin. Aber was eben spannend ist, ist, dass die Gruppe, die diese Aufgabe mit konkreten Schritten verbunden hat, also konkrete Implementation Intentions ausgebildet hat, dass die die durchschnittliche Distanz zu diesem Loch als kürzer eingeschätzt haben. Ja, würde man ja eigentlich erwarten, dass diese Einschätzung relativ unabhängig davon ist. Aber das heißt, wenn wir einen konkreten Weg formulieren zu einem Ziel, wie dieses Ziel erreicht werden kann, dann erscheint die Aufgabe subjektiv einfacher. Und das erhöht dann auch wiederum die Wahrscheinlichkeit, diese Aufgabe zu meistern. Das bedeutet, übersetzt auf das OKR-Framework, natürlich, wenn ich gute Key Results formuliere, dann erscheint mir das Ziel subjektiv erreichbarer und damit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit der Zielerführung. Ein relativ überraschendes Ergebnis, wie ich finde. Also sehen wir hier diese Logik, die in OKR eingebaut ist, nämlich das Ganze, die Komplexität runterzubrechen, in mehreren Objectives, in mehreren Key Results zu denken, hilft zum Thema Komplexität und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben Ziel erreichen, einfach weil wir sie als subjektiv erreichbarer einschätzen. Damit haben wir den Faktor Komplexität uns angeguckt. Kommen wir zum Faktor Feedback. Ich hatte es schon erzählt, es gibt bestimmte Meetings innerhalb des OKR-Frameworks, nämlich zum Beispiel das Weekly, wo ich in einem wöchentlichen Rhythmus darauf gucke, wie ist denn gerade der Zielerreichungsstand? Und hier kann man sich jetzt die Frage stellen, macht das denn laut der Forschung Sinn? Sollte ich mir denn eigentlich solche Meetings aufbrunnen oder nicht? Denn so ein Meeting ist im Zweifel ja sehr teuer, wenn das gesamte Team zusammenkommt, über mehrere Stunden, vielleicht Minuten hinweg über Ziele spricht, lohnt sich das überhaupt. Und hier habe ich so ein Screenshot dabei von einer Studie. Das ist eine sogenannte Meta-Analyse. Wissen vielleicht viele, was das ist. Ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Das ist eine Art von zusammenfassender Studie. Also eine Studie, die als Stichprobe wiederum andere Studien hat, um also zu sehen, wie ist denn die generelle Tendenz der Forschung zu einer bestimmten Fragestellung? Und das führt dann dazu, dass man sehr, sehr große Stichproben hat. In diesem Fall fast 20.000 Versuchsteilnehmende. Das ist für Laborstudien wahnsinnig groß. So eine Laborstudie, wenn man Glück hat, bewegt sie sich im dreistelligen Bereich. Hier haben wir jetzt fast 20.000 Teilnehmende. Und dann gibt es zu guter Letzt noch eine Art von Effektstärke, die dabei herauskristallisiert wird. Die Effektstärke soll einmal beziffern. Hier anhand von Cohen's D nennt sich dieser Koeffizient, die eben einmal beschreibt, wie stark ist diese Tendenz für einen bestimmten Effekt, der eben gefunden wurde. Und was in diesem Paper sich angeschaut wurde, ist der Effekt von Monitoring, also quasi von der regelmäßigen Kontrolle der Zielerreichung, auf die tatsächliche Performance. Also etwas, was sehr relevant ist, wenn wir darüber sprechen, ob wir Weeklys machen sollten oder nicht. Und hier stellt sich heraus, also anhand von verschiedenen großen Studien, dass tatsächlich ein Monitoring eine effektive Selbstregulationsstrategie ist, weil ich eben regelmäßig weiß, wie stehe ich denn gerade? Und eine häufigere Frequenz tatsächlich auch dazu führt, dass ein Verhalten sich effektiver verändert, als wenn ich eben weniger regelmäßig darauf gucke. Klingt auch erstmal relativ logisch. Hier sieht man es aber wirklich schwarz auf weiß, mit sehr validen Daten aus einer Meta-Analyse einmal dargestellt. So eine regelmäßige Überprüfung, ein Monitoring von einem Zielzustand kann helfen für die Zielerreichung. Ein zweiter Aspekt von diesen Weeklys und von diesem gesamten Prozess, den ich auch schon geschildert hatte, ist diese unternehmensweite Transparenz. Also ein Ziel ist eben nicht nur für eine Person oder ein Team formuliert, sondern eben für alle einsehbar. Und auch hier kann man sich die Frage stellen, hilft das denn oder nicht? Und hier sehen wir so das theoretische Modell, das im psychologischen, statistischen Modell dann einmal da getestet wird. Also es gibt einmal die Zielsetzung, das Goal-Setting und es gibt die Leistung, also die Performance. Und dann stellt sich die Frage, ist dieses öffentliche Setzen eines Ziels, also diese Transparenz, hier genannt Public Set Goal, hat das denn einen Einfluss auf diesen Zusammenhang? Und auch hier stellt sich heraus tatsächlich, es gibt einmal diesen Koeffizienten, der nennt sich Beta, das ist ein Regressionskoeffizient, der hat also einen Einfluss auf diesen Zusammenhang zwischen Zielsetzung und Performance. Das heißt, der positive Effekt der Zielsetzung ist tatsächlich stärker bei Zielen, die wir öffentlich setzen. Also das kann in der organisationalen Öffentlichkeit sein, dadurch, dass wir ein öffentlich transparentes Ziel-Framework nehmen oder auch tatsächlich im Privaten. Also diesen Tipp hört man ja auch immer wieder, wenn man sagt, hey, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, dann sollte ich das vielleicht meinen Freunden und meiner Familie erzählen. Die halten mich dann dafür unter Rechenschaft und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Ziel vielleicht auch erfülle. Auch hier unterstützt das die Forschung. Also diese Transparenz ist nicht nur viele Fans im OKR-Framework, sondern ist tatsächlich etwas, was tatsächlich der Performance hilft. Und damit kommen wir zum nächsten Faktor, nämlich das sogenannte Commitment. Also sozusagen der Buy-in, den ich habe, zu einem bestimmten Ziel. Und hier möchte ich euch wieder eine spannende Studie zeigen, die wieder mit diesem Bild zu tun hat. Ihr seht hier so ein Pizza-Lieferfahrzeug. Und zwar war das eine Studie, die wurde 1997, glaube ich, durchgeführt, bei einem Pizza-Auslieferdienst. Die hatten so eine Filiale an einer Kreuzung und es gab viele verschiedene Lieferfahrer, die da eben losgefahren sind von dieser Filiale aus. Und das Problem war, das war an einer so einer Straßenkreuzung, die relativ unübersichtlich war. Und deswegen hatten die immer wieder so Unfälle. Die hatten Probleme eben mit Schäden an den Wägen, Personenschäden etc. Und deswegen wollten die Maßnahmen einführen, die dazu führen, dass eben diese Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Zum Beispiel, dass die FahrerInnen einfach stoppen an dieser Kreuzung und dann erst in die Straße reinfahren. Statt das einfach mal als Regel sozusagen zu formulieren, haben sie tatsächlich ein Experiment daraus gemacht und haben wiederum diese LieferfahrerInnen in zwei Gruppen eingeteilt. Es gab einmal eine Kontrollgruppe und es gab eine Experimentalgruppe. Die Experimentalgruppe hatte die Aufgabe, sich Maßnahmen zu überlegen, wie denn die Sicherheit erhöht werden kann in diesem Betrieb. Also hatten quasi die Möglichkeit, sich selbst ein Ziel zu setzen, ein Sicherheitsziel zu setzen. Und die Kontrollgruppe, also diese andere Gruppe, denen wurde ein Ziel vorgesetzt. Also denen wurde gesagt, wenn ihr da rausfahrt, bitte stoppt immer. Also einmal selbst gesetzte Ziele, einmal fremd gesetzte Ziele. Und jetzt hat man sich angeguckt, diese Ziele, die da einmal formuliert und gesetzt wurden, wissen, wie gut werden die denn eingehalten. Es gab über Wochen dann eine Beobachtung an dieser Kreuzung, wo verschiedene Psychologiestudenten, waren das dann wahrscheinlich, immer wieder beobachtet haben, sind denn die Autos zum Stehen gekommen, ja oder nein. Und das Überraschende war, tatsächlich sind beide Gruppen gleich gut bei diesem Implementieren dieser Sicherheitsmaßnahmen gewesen. Also es gab keinen Unterschied zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe. Die Raten der Fahrzeuge, die dann da gestoppt waren, waren bei beiden gleich. Aber was spannend war, die Gruppe, die sich das Ziel selbst setzen durfte, bei denen gab es eine sogenannte Response Generalization, also eine Generalisierung dieser Antwort. Das heißt, diejenigen, die sich das Ziel selbst gesetzt haben, die zeigten dann auch noch andere Sicherheitsverhaltensweisen über das gesetzte Ziel hinaus. Also zum Beispiel haben die öfter geblinkt an dieser Straße. Die haben auch öfter den Gurt angelegt, etc. Also haben sozusagen diese Idee, diese Sicherheitsmaßnahmen generalisiert und haben auch andere sogenannte Non-Targeted Behaviours, also Verhaltensweisen, die eigentlich gar nicht Ziel waren, an den Tag gelegt, obwohl das gar nicht Ziel dieser Inhalte war. Und da sieht man also, die Conclusio daraus war sozusagen, naja, also wenn ihr also ein Ziel so setzt, dass das Ganze partizipativ ist, bottom up, dass die Leute mitentscheiden können, was soll das Ziel sein, dass dann tatsächlich die Performance gleich ist wie bei fremdgesetzten Zielen, aber darüber hinaus gibt es eben noch diese Response Generalization. Leider ist das nicht die einzige Studie, die es dazu gibt. Es gibt noch andere Studien, die tatsächlich auch zu anderen Aussagen kommen. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, naja, eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen selbst- und fremdgesetzten Zielen. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die kommen genau zum gegengesetzten Urteil, die sagen, fremdgesetzte Ziele sind effektiver, also sind für die Performance besser. Also hier kann man so unterm Strich sagen, ist die Forschung sich noch gar nicht so recht einig, was denn jetzt besser ist für die Leistung, fremdgesetzte oder selbstgesetzte Ziele. Allerdings ist die Forschung natürlich dann auf eine gewisse Art und Weise kurzsichtig, weil man ja nur überprüft, wie ist die Leistung. Was man nicht überprüft, sind noch andere Variablen, die in der Organisation natürlich relevant sind. Wenn man sich überlegt, ihr seid in einer Organisation, wo ihr sehr viel mitgestalten dürft und eure Ziele mit überlegen dürft, dann ist natürlich die Bindung der Mitarbeitenden sehr viel höher, die Zufriedenheit sehr viel höher etc. Also die Partizipation hat auch noch einen positiven Einfluss auf andere Variablen, die eben wichtig sind und nicht nur auf diese Dinge, die eben in diesem Ziele-Framework abgedeckt sein. Und damit kommen wir zum nächsten Faktor Clarity, also die Klarheit der Ziele, wo es darum geht, welche Inhalte formulieren wir eigentlich in unseren OKR-Ziel-Sets. Und hier habe ich euch mal ein Team mitgebracht, das ist jetzt mal ein Team von verschiedenen blauen Punkten. Und wir können uns jetzt ja verschiedene Settings überlegen, wie dieses Team zusammenarbeiten kann. So ein klassisches Team, in Scrum zum Beispiel arbeitet interdependent, also die arbeiten so, dass die Ergebnisse des einen für den anderen relevant sind. Also die arbeiten tatsächlich so, dass sie abhängig voneinander sind. Das ist dargestellt durch diese Pfeile. Hier kann man sich jetzt die Frage stellen, welches Ziel formelle ich denn hier? Denn es gibt ja auch noch andere Ziele oder andere Teams, die vielleicht andere Zielinhalte haben. Zum Beispiel ein Team, das eher so aussieht, also vielleicht eher so ein Querschnitt durch die Organisation, wenn man jetzt im Scrum bleibt, zum Beispiel alle Scrum-Master der gesamten Organisation. Könnte man ja auch als Team verstehen, das würde dann wahrscheinlich eher so aussehen, weil jeder Scrum-Master ist ja an einem anderen Team unterwegs. Die Inhalte, deren Arbeit hängen gar nicht so sehr voneinander ab. Wenn der eine in der Retrospektive etwas macht, muss das für den anderen nicht unbedingt relevant sein. Trotzdem könnte man sie als Team verstehen. Und hier kann man sich jetzt die Frage stellen, wie sollten sich denn die Inhalte dieser beiden Teams jeweils unterscheiden, wenn sie sich bestimmte Ziele eben setzen. Und hier sieht man auch, sagt die Forschung sehr, sehr klar, dass Ziele natürlich auf Team-Ebene formuliert werden sollten, aber man sehr genau aufpassen muss, welches Team habe ich denn vor mir? Habe ich ein Team vor mir, was sehr interdependent zusammenarbeitet, dann kann ich ein Ziel relativ einfach auf dieser Team-Ebene formulieren. Wenn ich allerdings ein Team vor mir habe, was so arbeitet, wie ihr es jetzt hier seht, also wir sind zwar laut Organigramm ein Team, sind aber eigentlich in verschiedenen Kontexten unterwegs, muss ich natürlich individuelle Ziele setzen. Bei diesen individuellen Zielen muss aber darauf geachtet werden, dass sie immer so formuliert sind, dass sie einen Beitrag zum Erfolg der Gruppe irgendwie herstellen. Also man spricht dann von sogenannten Group-Focus-Zielen und kein Ego-Sendrick-Zielen. Auch das muss man natürlich beachten, wenn man jetzt ein OKR-Set definiert für diese Organisationseinheit, dann sollten die Ziele auch so formuliert sein, dass die tatsächlich sich immer jeweils auf die gesamte Gruppe beziehen und nicht auf das Einzelne. Also ein wichtiger Leitgedanke sozusagen bei der Formulierung. Ein zweiter wichtiger Leitgedanke ist das, was ich vorhin angeschnitten hatte bei diesem Thema KPIs, Legging versus Leading Indicators. Und auch hier gibt es sozusagen eine Übersetzung in der relativ schnöden Forschungssprache dazu. Jetzt hat man wieder so diesen Pfeil aufgezeichnet, das ist wieder ein Ziel. Also es gibt einen Zustand A und es gibt einen Zustand B. Ich möchte von der einen Seite zur anderen Seite kommen. Und jetzt kann ich natürlich mein Ziel so formulieren, dass ich einmal diesen Zielzustand beschreibe. In der Forschung würde man das ein sogenanntes Performance Goal nennen, also ein Ziel, das auf eine bestimmte Leistung, auf ein bestimmtes Endergebnis abzielt. Also zum Beispiel, alle Abteilungsleiter haben unsere neue Strategieunterlage erhalten. Jetzt mal so als relativ schnelles Beispiel. Also beschreibt einen Zielzustand, der am Ende erfüllt sein soll, ein sogenanntes Performance Goal. Das wäre das, was ich vorhin als sogenannter Lagging Indicator beschrieben habe. Das kann ich natürlich erst abprüfen am Ende. Kann ich erst gucken, okay, alle Abteilungsleiter hat die Strategieunterlage, check, 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 check. Falls ja, ist das Ziel erreicht, falls nein, eben nein. Das Gegenstück dazu wären die sogenannten Leading Indicators. Und in der Forschungssprache würde man das als sogenanntes Learning Goal bezeichnen. Also ein Ziel, das eher darauf fokussiert ist, den Prozess an sich zu beschreiben. Wie könnte das aussehen? Und zum Beispiel, wir haben die Strategieunterlage in drei bedarfsgerechten Darstellungsformen vermittelt. Also das kann ich im jetzigen Moment überprüfen, kann jetzt gucken, wie viele Varianten haben wir erstellt, wie viele bedarfsgerechte Darstellungsformen gibt es denn und haben wir die schon vermittelt, ja oder nein. Also eher etwas, was sich auf den Prozess an sich bezieht und gar nicht so sehr auf das Endergebnis. Und da sehen wir die Parallele zu dieser Philosophie, die in OKR drinsteckt, eher Leading Measures zu verwenden statt Lagging Measures. Und die Forschung unterstützt das also, dass man sich eher auf diese Learning Goals oder eher auf diese Leading Measures fokussiert, weil es eben eher darum geht, ja im Komplexen zu navigieren, sogenannte Knowledge Acquisition zu betreiben, also zu gucken, was können wir Neues entdecken. Und deswegen sollte man eher Learning Goals formulieren und deswegen sollten diese Inhalte sich eher auch darauf beziehen, weil dadurch steigt die Selbstwirksamkeit und damit die Effektivität von 10. Und damit haben wir einen weiteren Faktor von unserem OKR-Framework einmal unterschrieben und wir sehen, die Forschung und die Praxis greifen natürlich irgendwie ineinander. Es gibt ein paar Stellen, wo es nicht ganz so klar ist, aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt mal so ein Fazit ziehen würde an dieser Stelle, könnte man sagen, naja, OKR, was da so drinsteckt, macht erstmal Sinn auch aus einer Forschungsperspektive heraus. Auch wenn in diesen Studien natürlich nicht OKR per se untersucht wurde, aber die Zielsetzungstheorie unterstützt zunächst mal wichtige Bestandteile, diese vier Faktoren, die ich jetzt eben geschildert habe. Ein wichtiger Faktor fehlt aber noch und der fällt aber ins nächste Kapitel rein, in das für mich spannendste Kapitel, nämlich warum OKR nicht funktionieren kann. Also die dunkle Seite der Zielsetzung und hier gibt es spannenderweise in den letzten Jahren viele neue Befunde dazu, die eben so diese, ja, diese vergoldete Sicht auf die Zielsetzung so ein bisschen trüben und tatsächlich, ja, gewisse Einschränkungen auch mitgeben und eben, ja, den Finger auch mal heben und sagen, naja, Zielsetzung macht vielleicht nicht in jedem Kontext total Sinn und das gucken wir uns jetzt mal. Hier nochmal zur Erinnerung, die wichtige Folie, die einmal beschrieben hat, wie die Zielsetzungstheorie zusammengesetzt ist, also die Kernaussage und die bestimmten Prinzipien dahinter, die Prinzipien Task, Complexity, Feedback, Clarity und Commitment haben wir schon abgehakt. Was noch fehlt, ist dieser Challenge-Faktor und den möchte ich jetzt einmal durchleuchten und basieren natürlich diese Aussagen vor allem auf einem Paper, das nennt sich Goals Gone Wild, aus dem Jahr 2009, sehr, sehr spannendes Paper, kann man sich gerne mal durchlesen bei einem Glas Rotwein, das eben beschreibt, was sind denn die systematischen Nebeneffekte, vielleicht unerwünschten Nebeneffekte von Zielerreichung und das möchte ich euch einmal zeigen. Der erste Faktor, den ich einmal gerne mit euch angucken möchte, ist dieses Thema Stretch Goals. Hatte ich vorhin noch gar nicht so erwähnt, tatsächlich ist das aber so ein bisschen in diese OKR-Philosophie eingebaut, ist ja ein amerikanisches Konzept, wo es darum geht, hey, wir setzen uns sehr herausfordernde Ziele, ein sogenanntes Stretch Goal, also ein Ziel, wo ich mich wirklich strecken muss, um das zu erreichen, ein sehr, sehr hohes Ziel, weil die Idee bei OKR ist, naja, wenn ich 70% von so einem Stretch Goal erfüllt habe, dann ist das eigentlich schon zufriedenstellend, weil das eben so hoch gesteckt war, dass es trotzdem dann eine zufriedenstellende Leistung ist. Und was die Konsequenzen von so einem Stretch Goal sind, beschreibt dieses Paper eigentlich ganz gut und drei Konsequenzen möchte ich einmal so hervorheben. Das erste ist das sogenannte erhöhte Risikoverhalten. Und ihr seht hier so ein Bild von einem Auto, vielleicht erkennt es der eine oder andere, das ist der Ford Pinto. Der Ford Pinto hat eine ganz spannende Geschichte, denn in dem Designprozess von diesem Auto, als das entworfen wurde, wurde es so konstruiert, dass der Benzintank relativ weit hinten im Auto verbaut war und der war so konstruiert, dass der bei einem Auffahrunfall relativ schnell beschädigt wurde und dadurch ja relativ schnell größere Unfälle verursacht wurden und das waren Mängel, die allerdings sehr, sehr früh auch schon in der Produktion bekannt waren, in diesem Designprozess auch schon bekannt waren, aber man hat eben festgestellt, die Kosten für so eine Konstruktionsänderung wären sehr, sehr viel größer und wollte man eben nicht tragen. Was man stattdessen gemacht hat ist, man geht ein bestimmtes Risiko ein, nämlich das Risiko, dass es Todesfälle gibt und dass Gerichtsprozesse die Folge sind und das hat man ganz bewusst in Kauf genommen und das Auto trotzdem so mit diesen Designmängeln auf den Markt gebracht. Die Folge war, dass es relativ nah an der Veröffentlichung dieses Modells über 60 Tote gab aufgrund dieses Designfehlers, 120 Schwerverletzte, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass tatsächlich einige Gerichtsprozesse an Ford herangetreten sind und der Pinto letztendlich vom Markt genommen werden musste. Das sieht man ganz gut, dass so ein Ziel, nämlich ich möchte ein Auto, das irgendwie kompetitiv ist, das mit anderen Herstellern mithalten kann, trotzdem aber relativ günstig ist, dazu führt, dass ich Entscheidungen treffe, vielleicht im Management, vielleicht aber auch auf individueller Ebene, die dazu führen, dass man ein Risiko unterschätzt oder ein Risiko einfach ganz bewusst in Kauf nimmt. Und das ist was, je nachdem in welcher Branche ihr arbeitet, was man eigentlich normalerweise eher vermeiden sollte, gerade in stark regulierten Branchen natürlich. Anderes Beispiel, relativ klassisches Beispiel sind so diese kommerziellen Touren auf den Mount Everest zum Beispiel. Also wenn ich auf den Mount Everest gehen möchte, gibt es tatsächlich Anbieter, die einem dabei helfen und sagen, ich kann einen Bergführer mir mieten für ein paar Tage und kann mit dem auf den Mount Everest. Und da gibt es eine große Diskussion um diese Praktik, weil diese Bergführer natürlich sehr, sehr riskante Entscheidungen immer auch treffen für die Kunden, einfach nur damit die dieses Ziel erfüllt bekommen, dass sie nämlich auf den Gipfel kommen. Und da gibt es auch schon mehrere Expeditionen, wo Leute tatsächlich gestorben sind, einfach aufgrund von diesen erhöhten Risikoverhalten, weil eben so hohe Ziele wie zum Beispiel auf den Mount Everest gehen, eben gesteckt werden. Also das ist ein wichtiger Faktor, den man beachten sollte. Der zweite wichtige Faktor ist das Thema Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiges Konstrukt in der Psychologie. Das beschreibt sozusagen den Glauben daran, dass ich eine bestimmte Aufgabe erfüllen kann. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, naja, ich bekomme nur noch Stretchgoals vorgelegt, also ich bekomme nur noch Ziele vorgesetzt, die ich eigentlich nie erreichen kann, weil die so hochgesteckt sind, naja, dann führt das längerfristig dazu, dass meine Selbstwirksamkeit sinkt, weil ich ein Ziel eigentlich niemals erreichen kann. Und damit kann ein Stretchgoal auf längere Sicht tatsächlich schädlich werden, weil, ja, die Motivation und das Commitment etc. sinkt, weil ich eben weiß, naja, ich kann ein Ziel sowieso nie erreichen. Und das ist auch wiederum ein Faktor, den man beachten sollte und der oft dazu führt, dass man eben eine Mischung macht, dass man eben nicht nur Stretchgoals setzt, sondern auch mal einfache Ziele. Und Faktor Nummer 3, hier seht ihr Wirecard. Faktor Nummer 3 beschreibt, dass es tatsächlich Stretchgoals dazu führen kann, dass wir unethisches Verhalten an den Tag legen. Am Beispiel Wirecard, Wirecard war das so, dass der Chef Markus Braun hatte sehr, sehr hohe Ziele. Der wollte nämlich zum Beispiel die Deutsche Bank übernehmen. Und dafür musste Wirecard mehr wert sein als die Deutsche Bank selbst. Und das haben sie dann eben durch bestimmte Prozesse versucht, auf dem Blatt sozusagen so hin zu viel Mieren, dass das eben so aussieht. 2018, ich muss kurz spicken, 2018 war die Deutsche Bank 14 Milliarden wert und sie wollten eben Wirecard so aufblasen, dass das auch ein Papiermehrwert ist, nämlich 16 Milliarden Euro, damit sie das, damit sie die Deutsche Bank dann übernehmen können. Ja, also auch das zeigt relativ stark, dass so ein hochgestecktes Ziel dazu führt, dass wir natürlich dazu tendieren, auch unethisches Verhalten an den Tag zu legen. Und spannenderweise tatsächlich auch findet das statt, wenn auch keine Incentives gegeben sind. Also selbst wenn das Ziel an sich keine Belohnung erst mal erzeugt, führt das trotzdem dazu, dass wir unethisches Verhalten an den Tag legen. Und der tritt insbesondere dann auch, wenn wir so kurz davor sind, ein Ziel zu erreichen. Also das sind drei Faktoren, die man im Auge behalten sollte, wenn man sich tatsächlich solche Stretch Goals setzen möchte, wie sie im OKR-Framework oft vorkommen, also hohe gesteckte Ziele. Da hört das Paper allerdings nicht auf. Das Paper holt dann sozusagen zum Generalumschlag aus und sagt ganz generell, dass Ziele auch an manchen Kontexten einfach gar nicht sinnvoll sind. Und das zeige ich euch in den nächsten Folien. Der erste Warnhinweis, den sie da beschreiben, ist der sogenannte Deckeneffekt. Ihr seht hier so ein Taxi abgebildet. Dieses Phänomen, was da beschrieben wird, ist das folgende. Wenn ihr an einem regnerischen Tag in New York seid, dann ist es tatsächlich an diesem Tag schwerer, ein Taxi zu bekommen, wenn es regnet. Dafür gibt es eine relativ einfache Erklärung. Man könnte sagen, naja, das ist wahrscheinlich ein Problem der Nachfrage. Wenn es regnet, wollen mehr Leute mit dem Taxi fahren. Deswegen gibt es weniger Plätze. Tatsächlich stellt sich aber raus, und das zeigt die Forschung, dass es kein Problem der Nachfrage ist, sondern ein Problem des Angebots. Denn es gibt einfach weniger Taxis, die auf den Straßen unterwegs sind. Und das liegt daran, dass Taxifahrer in New York normalerweise ihr Auto selbst mieten und sich ein eigenes Ziel für sich selbst setzen. Die meisten wollen zum Beispiel die Automiete mal zwei pro Tag eben einnehmen. Und naja, an einem regnerischen Tag haben sie diese Miete eben schneller eingenommen, haben quasi schneller ihr selbst gestecktes Ziel erreicht und fahren dann nach Hause am Nachmittag, machen sich einen schönen Tag und hören eben auf zu arbeiten. Das wäre so nach ökonomischen Vorstellungen relativ unrational. Also wenn ich weiterarbeiten würde, würde ich noch mehr verdienen. Aber die Psychologie zeigt, sie setzen sich eben an einen eigenen Deckel und hören dann eben auf zu arbeiten, obwohl sie eigentlich mehr verdienen könnten. Das ist tatsächlich was, was Deutschland auch so vorliegt. Ich war vor kurzem in Berlin auf einem Workshop, habe ein Uber-Auto gerufen. Ich hatte sehr viel Workshop-Material dabei und der Uber-Fahrer hat sich beschwert, warum ich für so eine kurze Fahrt denn jetzt Uber rufe, weil es ist für ihn einfach wahnsinnig ineffizient. Wenn er jetzt einen langen Weg zum Flughafen hätte oder so, das wäre für ihn eben besser. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und bei ihm war es auch ganz genauso. Er hat sich quasi pro Tag ein Limit gesetzt, was er verdienen möchte und sobald er das erreicht hat, hört er auf zu arbeiten. Und das Gleiche kann natürlich passieren mit Zielen in der Organisation. Ihr setzt in einem Team ein bestimmtes Ziel und das Team arbeitet hart, bis das Ziel eben erreicht wurde und es kann aber sein, dass das Team dann entscheidet, naja, wir haben das Ziel erreicht, wir haben die Decke erreicht, wir hören eben auf mit unseren Anstrengungen, obwohl theoretisch noch mehr drin wäre. Auch das natürlich ein Mechanismus, den ich nicht möchte. Zweiter Effekt. Die sogenannte Untergrabung der intrinsischen Motivation. Auch hier, da könnte man wieder einen ganzen Scrum-Tisch damit füllen, diese Unterscheidung zwischen Motivation, die von außen kommt, durch eine Belohnung, die extrinsische Motivation und eine Motivation, die jeder von innen aus sich heraus eben selbst hat. Dazu muss man wissen, ein Ziel zu erreichen an sich ist ein belohnender Zustand für ein Gehirn und deswegen möchte ich das eben immer wieder tun. Ich möchte immer wieder ein Ziel erreichen und immer wieder genau das spüren. Und da gibt es schöne Studien, die eben zeigen, wenn ich für eine Aufgabe ständig belohnt werde und wir dann irgendwann aufhören, diese Belohnung zu geben, dann höre ich auch auf, diese Aufgabe zu machen. Es gibt sehr schöne Studien, zum Beispiel mit Kindern, die man in einen Raum setzt. Wenn man mit denen nichts macht, dann versuchen die normalerweise irgendwann, diesen Raum zu explorieren, versuchen an, zum Beispiel, wenn da dort Malmaterialien liegen, dann fangen die an, Bilder zu malen, etc. Wenn man denen jetzt aber jedes Mal eine Belohnung dafür gibt, ein Bild zu malen und dann irgendwann aufhört, diese Belohnung zu geben, dann hören sie auf zu malen, obwohl sie eigentlich von sich heraus intrinsisch mutiniert wären. Und auch das kann natürlich passieren, wenn ich immer wieder Ziele setze, dass ich immer wieder exzentsisch belohne und sobald ich diese exzentsische Belohnung wegnehme, das Verhalten einfach verfällt. Auch das möchte ich in den meisten Fällen eben nicht. Und jetzt kommen wir zum dritten Faktor und da machen wir ein kleines Experiment. Ich habe ein kleines Video für euch. Ich bin ja schon eine ganze Weile hier am plappern, aber wir machen jetzt mal eine etwas interaktive Aufgabe und zwar im Folgenden habe ich ein Video dabei. Auf diesem Video seht ihr zwei Teams, zwei Basketball-Teams. Die einen haben schwarze T-Shirts an, die anderen haben weiße T-Shirts an und eure Aufgabe ist einmal zu zählen, wie oft das weiße Team den Ball hin und her wirft. Also wie oft gibt es einen Ballwechsel im weißen Team? Wir schauen uns das einmal an und danach müsst ihr eure Antwort einmal in den Chat bitte reingeben. Für all diejenigen, die dieses Video schon kennen oder diesen Effekt schon kennen, bitte nicht verraten an die anderen. Lasst den anderen den Spaß. Also bitte fokussiert euch auf die Aufgabe zählen. Wie oft gibt es einen Ballwechsel im weißen Team? The Monkey Business Illusion. Okay, wir machen hier einmal Stopp. So, bitte einmal eure Antworten in den Chat eingeben. Wie oft habt ihr gesehen, wurde der Ball gewechselt? Guck mal rein. Also 12, 16, 16, 17, 16, 14, 16, 16, 17, 12, 15, 14. Okay. Also wenn ich jetzt mal so drüber mitteln würde, bei all das, was so genannt wurde, dann würde ich sagen, seid ihr so ungefähr mittel bei so 14, 15 vielleicht. Tatsächlich ist die richtige Antwort, wird hier aufgelöst. Gut, 16 Pässe. Jetzt die nächste Frage an euch. Wer von euch hat einen Gorilla gesehen? Ich, ja, zwei Personen, drei, vier. Okay, ein paar von euch. Wer hat keinen Gorilla gesehen? Das ist eigentlich die spannende Frage. Nö, keinen gesehen. Nope, ich nicht. Ich habe keinen gesehen. Okay. Ihr habt keinen Gorilla gesehen. Dann gucken wir das Video nochmal an. Und dann könnt ihr nochmal schauen. So, da ist er. Da steht ein großer, schwarzer Gorilla in der Mitte. Kann man eigentlich nicht übersehen. Trotzdem, wenn wir in den Chat schauen, sind einige dabei, diesen Gorilla nicht gesehen haben. Und hier wird es spannend. Also wir haben ein Ziel gesetzt bekommen. Wir müssen einmal die Anzahl der Pässe zählen. Und wir fokussieren uns sehr stark auf diese Aufgabe und lassen Dinge vollkommen außer Acht, die wir normalerweise eigentlich sehen würden. So was wie ein Gorilla. Das Spannende ist, manche kennen diesen Effekt schon. Deswegen sehen sie dann den Gorilla zum Beispiel. Dieses Video ist auch so gebaut, dass das auch funktioniert oder manchmal auch funktioniert für Personen, die schon wissen, dass ein Gorilla kommen wird. Falls euch das nicht aufgefallen ist, ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass der Vorhang seine Farbe verändert hat. Zu Beginn war er rot. Später war er so orange. Auch das fällt vielen nicht auf. Auch was vielen anderen nicht ausfällt, zu Beginn sind es noch drei schwarze Spielerinnen. Und irgendwann verlässt einfach eine Spielerin das Spielfeld, nämlich wenn dann der Gorilla kommt. Sie müsste jetzt gleich kommen. So, und jetzt sind es plötzlich nur noch zwei. Also auch das sind Dinge, die man einfach vollkommen aus den Augen verliert, wenn man sich vollkommen darauf fokussiert, wie oft diese weißen Spielerinnen in diesem Ball wechseln. Also ein sehr, sehr eindrucksvoller Effekt eigentlich für dieses RAS-System, was ich vorhin gezeigt hatte. Ein Ziel verengt unseren Aufmerksamkeitsrahmen. Wenn wir ein Ziel gesetzt bekommen, sind wir dazu verleitet, andere Dinge vollkommen außer Acht zu lassen. Man spricht dann von der sogenannten Inattentional Blindness, also eine Blindheit, die wir gar nicht mit Absicht dann haben, weil wir uns einfach auf zielrelevante Dinge fokussieren und alle anderen Dinge außer Acht lassen. Und das wird vor allem dann relevant, wenn wir darüber sprechen, ob wir zum Beispiel so etwas wie ein klassisches Tagesgeschäft in unseren OKRs abbilden wollen. Wenn ich tatsächlich in meinen OKRs das gesamte Tagesgeschäft abbilden möchte, dann bedeutet das, dass ich das gesamte Tagesgeschäft auch in den Zielen wiederfinden muss. Denn sobald ich ein Ding vergesse, wird das ganze Gegenstand von dieser verengten Aufmerksamkeit, sobald ich ein Ding in den Zielen vergesse, wird das auch nicht mehr bearbeitet, weil ich fokussiere mich natürlich nur auf die Ziele. Deswegen sagen viele, die sich mit OKR beschäftigen, man sollte OKR tatsächlich nur für einen bestimmten Bereich verwenden, nämlich dort, wo eben strategische Energie fließen soll und eben nicht für das gesamte Tagesgeschäft. Also diese Verengung der Aufmerksamkeit ein ganz, ganz wichtiger Effekt, den man wissen sollte, wenn man mit Zielen arbeitet. Genau, das kommt auf jeden Fall daher, dass es dem Gehirn Energie spart. Monique hat nochmal in den Chat geschrieben. Auf jeden Fall, wenn man alle Reizig immer gleichzeitig mit gleicher Relevanz wahrnehmen müsste, das wäre wahnsinnig überfordernd. Und die Autoren dieser Studie kommen dann letztendlich zu dem Schluss, dass sie sagen, naja, all diese negativen Faktoren führen dazu, dass man Ziele tatsächlich nur mit großer Vorsicht einsetzen sollte. Am Ende von diesem Paper findet man etwas, was in einem klassischen wissenschaftlichen Paper eigentlich sehr, sehr unüblich ist, nämlich so eine Art von Warnhinweis. Also die haben da so einen Warnhinweis platziert, der eben einmal beschreibt, ja, wenn ihr Ziele verwendet, dann könnt ihr theoretisch systemische, systematische Nebeneffekte erzeugen, die ihr vielleicht nicht möchtet. Die schreiben hier tatsächlich sowas wie Decreased Cooperation, Unethical Behavior, Inhibited Learning, Increased Risk Taking, etc. Also all diese Dinge, die wir eben schon genannt hatten, das sind alles negative Faktoren, die passieren können, wenn ihr tatsächlich Ziele verwendet in eurer Organisation. Und das sollte man auf dem Schirm haben, auch wenn man OKR einführt. Und damit sind wir auch bei dem letzten Kapitel in Anführungszeichen von meinem Talk. Dann sind wir auch durch, wo ich einmal versuche, die Übersetzung zu machen. Naja, all das, was wir jetzt wissen aus dieser Forschung zum Thema OKR, was bedeutet das denn jetzt konkret für unsere OKR-Implementierung oder für unsere Implementierung von bestimmten Zielsystemen? Und dazu zeige ich euch ein kleines Miro-Board, was ich einmal erstellt habe, das dabei helfen soll, diesen Gap zwischen Theorie und Praxis quasi einmal zu überspringen. Dieses Board, das teile ich euch auch gleich in den Chat, das ist quasi ein Board, eine Art Entscheidungsbaum, der dabei helfen soll, zu entscheiden, an welchem Kontext tatsächlich OKR sinnvoll ist und in welchem Kontext eben nicht. Das war ja meine Eingangsfrage. Weiß ich denn, ob in meinem Kontext OKR tatsächlich ein sinnvolles Framework ist? Und ich führe euch da einmal kurz durch. Ihr könnt da gerne aber auch nochmal im Nachgang ein bisschen stöbern. Und ihr seht hier verschiedene Abzeigungen, die man eben nehmen kann. Und alles basiert auf diesen verschiedenen Studien, die ich so erwähnt hatte, um eben einmal zu gucken, Stück für Stück zu checken, bin ich mit OKR auf der richtigen Seite oder nicht? Erste Frage, Thema Fokus, haben wir jetzt gerade am Experiment mit dem Gorilla ausprobiert. Geht es ums Tagesgeschäft. Wenn ihr tatsächlich OKR ins Tagesgeschäft einfügen wollt, dann wäre der Anspruch, dass ihr tatsächlich das gesamte Tagesgeschäft in Zielen erfasst. Und das ist unmöglich. Deswegen, falls ihr tatsächlich mit dem Gedanken spielt, das Tagesgeschäft damit zu erfassen, die klare Empfehlung, nein, dann bitte eher kein OKR. Falls nein, also falls es eher um strategische Dinge geht, kann es weitergehen. Thema intrinsische Motivation, hatte ich gerade erwähnt, ist die intrinsische Motivation bereits sehr hoch. Falls nein, dann wunderbar, dann kann es weitergehen. Falls ja, gibt es hier nochmal eine Abzweigung, müssen die Ziele des Teams aus Transparentgründen vorhanden sein? Also müsst ihr es einfach machen, weil OKR bei euch verwendet wird. Falls ja, dann einfach ein Pro Forma Objective formulieren und in Anführungszeichen nicht damit arbeiten, aber in der Schauseite eben zeigen, dass ihr Ziele formuliert habt. Falls nein, auch hier eher kein OKR. Übrigens hier oben seht ihr nochmal einen kleinen Ausflug. Ich habe bei jedem dieser Konstrukte, wo man eine Einschätzung vornehmen muss, nochmal quasi wissenschaftliche Kriterien angelegt. Wie kann ich denn wissen, ob jemand intrinsisch motiviert ist oder nicht? Hier so eine kleine Checkliste, ein paar Faktoren, die man sich anschauen kann, die eben einmal zeigen, ist man intrinsisch motiviert, ja oder nein? Dann geht es weiter. Task Complexity, das war der Beginn meines Vortrags. Ist der Zielraum komplex? Falls ja, weißt du genug, um es konkreter zu machen? Also kann ich es nochmal konkreter machen in konkretere Objectives, konkretere Key Results? Falls ja, wunderbar. Dann mach das, fokussiere den effektivsten Hebel. Falls nein, muss man die Frage sich stellen, auf welchem Level bewegen wir uns? Sind wir in dem Team, das die Peile nach außen hat? Also sind wir eher unabhängig voneinander unterwegs oder sind wir eher so unterwegs, dass wir interdependent zusammenarbeiten und so weiter? Und falls das alles erfüllt ist, dann kann ich eben loslegen, dann kann ich meine OKRs formulieren mit dem entsprechenden Fokus, entweder auf Team-Ebene oder auf Einzel-Ebene mit einem Beitrag zum Team und kann mein OKR-Set formulieren. Auch hier habe ich wieder ein paar Checklisten mitgebracht. Die sind von HelloAgile, die einmal so dazu da sind, um abzuchecken, ist das Objective oder ist das Key Result, was ich hier formuliert habe, ein gutes? Und hier seht ihr viele Dinge von den Dingen wieder, die ich auch heute schon genannt hatte. Ein paar Do's und Don'ts. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, darin zu stöbern. Das ist eine wunderbare Formulierungshilfe für OKRs. Dann kurzer Double-Check, basierend auf dem, was wir jetzt am Ende gesehen haben. Sind das Leading Measures? Also sind das wirklich Learning Goals? Sind das ausreichend sogenannte Committed Goals? Also eher weniger Stretch Goals, weil, haben wir gelernt, zu viele Stretch Goals sollten es nicht sein. Und wäre es nicht schlimm, das Ziel zu erreichen? Weil wenn es schlimm wäre, das Ziel nicht zu erreichen, naja, dann ist damit Grund und Boden gelegt, unethisches Verhalten an den Tag zu legen und so weiter. Und falls dieser Double-Check auch erfüllt ist, ja, dann wunderbar, dann ist damit zumindest der Kontext geschaffen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, mit OKR auf einem guten Weg zu sein. Also nutzt diesen Baum gerne so ein bisschen zum Stöbern. Ich finde den sehr, sehr hilfreich, um sich nochmals vor Augen zu führen, bin ich mit OKR auf einem richtigen Weg, ja oder nein. Den Link teile ich euch jetzt in den Chat. Jetzt sind wir am Ende des Vortrags. Ihr dürft euch gerne mit mir vernetzen. Auf LinkedIn dürft ihr gerne schreiben. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.